BITCHER WANN A PARTY LIKE CHRIST CARNEY Ja, alles sind heute. Fluss. Hatte mir kommt es so vor, als heute Sonntag wäre. Ja, die haben einen Partner voll gut. Oh, einer hat voll... Wow! Durch die Wand! Weißt du warum? Ich bin Zweierping. Weil wenn du den PC auf Flussleistung machst, dann wird die Grafikkarte komplett... Komplett überlastet. Wie macht man den PC nicht auf Flussleistung? Du musst auf Systemsteuerung... Hast du nur 7? Ja, ja. Dann gehst du auf Systemsteuerung oder eine Energieoption. Ah, sagt mir das Land, sagt mir das Landsteuer bitte. Einer langen Gang. Ach, wirst mich verarscht, mein Headbüter steht sauber raus. Boah, jetzt geht's ab, Alter. Ja. Er kommt, er kommt, Kaffee. Ich truff den nicht. Ja, ich bin schon längst weg und er kippt mir aber mit den Tanko nur durch die Wand. Ja, beleidige dir aber nicht, Kevin. Die wird nicht korrekt. Auch wenn sie scheiße viel lecken an den vor dir. Der leckt die weg, Andy. Nice. Ja, das kotzt nur an, aber jetzt. Ja, ist egal, Kevin. Sie lecken zwar, aber chill an. Ich bin schon lege ich weg, aber trotzdem komm schon. Kevin, der hat mich durch Krula gekillt, Kevin. Hehehe. Ja, der ist das normal. Ja, ich war grad in den Kampf verdieft. Ich hab keinen Speck, Ange. Fail. Ich hab Walot dabei. Alles klar, er hat wieder leckt. Ich beleide ihn wirklich gleich. Muss den Aide kürzen. Ja, guck mal mein Truett an. Nice Buggy. Bin ich alleine auf dem Dach? Warum bin ich eigentlich immer alleine auf dem Dach? Ja, aber die anderen drei, die sind nicht so schlecht. So, ihr seid ja zu dritt unten dann. Ja und, schön. Einer guck. Ich glaub jetzt. Mann, ich hab kein Hemd. Du kannst nicht grad draußen. Also, Maximum, Gilly und A. Darüber passen sie gut. Ja, versuch ich. Macht Manu. Ja. Okay, wir wissen mal, ob er denen auf dem Dach ist. Ich kann jetzt nicht Kaffee daran sagen, ne? Weil er die sowieso auseinander nimmt. Hehe, guck mal, wie er sagt. Netze, Dio. Ja, ja, ich weiß. Letzter Stahl. Bleib mir hoch. Stahl, bleib mir Stahl, Jungs. In vier Wochen. Ein paar Wochen. Ich sagte zum Spaß, aber dann echt. Scheiße, was mein denn? Ich leg meine Schuhe zu fäh. Ich hab, ich mein, ich hab Ecke jetzt so. Fack. Wenn wir zwei Specs haben, Alter, mal einen Tuch aufs Dach legen. Lange, lange, lange durch. Ja, ich hab's doch weg. Da bin doch gerade im Sack. Ja. Warte, ich bin kurz auf der Ecke. Ich muss Musik ausmachen. Er kommt schon langer Gang, Adi. Lass mich loschen. Ja, das weiß ich schon. Oh, der... Hast du ihn gehittert, Kevin? Achso, okay, ich dachte... Der... Der... Er wird ja alle im Bild. Wo war denn das Bild? Hier. Vorne in meinem Kopf, der Eingang. Keiß drauf, Vicky! Nein, Adi, du bist so weit weg. Yo, F! Erklärt die Punkte, lol. Nee, weil Manu gerade eben extra drin war. Kurz Dach. Komm mit, Adi. Ich will mit, Adi. Okay. Ich guck kurz lang an, Adi. Warte. Lalalalalalala. War der? Er hat genau dahin gehart. Auf meiner Posi, Alter. So eine Ratte, Alter. Der mit seinen fetten Sucu knippeln, Alter. Er schießt auf mich, anstatt auf Adi. Manu, neben dir. Manu, aber der ist verkackstiger. Der hat... Der hat vier Hits wirklich geschluckt, Alter. Und ich hab... Seine Zucu knippeln, Alter. Tankt mehr als deine Mom. Ich glaub, der hat auch zweimal AP getankt, oder so. Adi, ich glaub, du hast den falschen Helm. Da, recht außen war einer. Da, bei denen ist einer. Langgang. Ha, du fetter Sucu! Die nächste Runde nicht mehr Kaffee. Oh, lol! Na, ha! Cafeteria, Adi! Da ist noch einer. Der ist eine Sucu knippeln, Alter. Hängt ja meine Wand. Oh, jetzt kommt die OP-Action, Alter. Langgang, hallo Lang! Anik, die Headshot. Der war knapp. Kevin! Hallo, Kevin! Kevin! Ich treff nix! Was ist denn los mit dir? Weiß ich denn los. Ich treff nix mehr mit Black Magnum. Bist du verrückt im Kopf, oder was? Bye, bye! Ey, kann ich so ein ganzes Elite Pro-Game aufnehmen, Lange, was? Was hast du denn für ein Programm? Ja, was hast du denn? Ahn Sie? Der geht... Der Game Recorder geht Unlimited, Stoyan. Echt? Ja... Wenn du Fraps 99 gekrackt hast, kannst du auch 15 Minuten Frapsen oder 20, 30. Ne, 30 Minuten mit Fraps 99, glaube ich. Außer du hast halt nicht die gekrackte Version, da kannst du nur 3 Minuten, glaube ich, oder 2 Minuten. Aber da ich Fraps gekrackt habe, kann ich zum Beispiel 30 Minuten Frapsen. Ja... Das bringt es dir, wenn du 2 Minuten am Frapsen bist. Ja, deswegen musste er das gekracken, die Vollversion von Fraps, äh, Fraps 99. Fraps. Fraps. Fraps 99. Der ist bei uns oder so. Der ist bei uns oder so. Der ist bei uns, Alter. Der ist bei uns, Alter. Fraps 88, Leute. Ah, Lappen, Alter, Anti. Mach ich mal! Dann pumpe ich die mal im Kaffee weg! Lass mal rumgehen. Weißt du, den Treffi, oder was? Alles klar, Alter. Ich laber die ganze Zeit und hab mich gewundert, Leute, ich bin noch muted. Du bist so faggel! Abreagiert, oder was? Seid ihr EEG? Ja. Nein, Maxi. Maxi. Maxi, was kommt denn jetzt? Hallo, jetzt kommt die Brasilien-Pair. Jetzt? Ja, nächstes Item. Ah, der wird...